heute einmal ein zwei worte von mir zu etwas ganz simplem aber doch was ja irgendwie auf jeder party doch spaß macht und zwar diesen knicklicht set das habe ich zufällig gesehen und das hat mit seinem preis bestochen die frage ist ob es tatsächlich auch das erfüllen kann was man davon eben erwarten würde dafür öffnen wir das ganze jetzt wird jetzt einmal kurz ein bisschen lauter wahrscheinlich das ganze ist soweit geöffnet das hier liegt anscheinend nur einfach oben auf das heißt das fällt jetzt einfach hier ab das ist natürlich unschön aber wenn dafür der inhalt stimmt kann ich damit auf jeden fall leben deswegen schmeißen wir mal zur seite und hier oben haben wir so eine lasche da können wir reingreifen das ganze dann hier dann hoffentlich rausziehen ja das funktioniert ganz einfach hier drin haben wir dann ganz viele kleine stücke mit dem man das ganze zu machen kann also armbänder und co formen kann und dann habe ich hier eine riesige riesige anzahl an knicklichtern in unterschiedlichen farben also da sieht man schon was sind sehr sehr viele und ich würde sagen wir schnappen uns einfach mal hier wie kühlig irgendeins sondern wir nehmen auch mal das hier weil hier weiß ich ehrlich gesagt gar nicht was für eine farbe das werden soll es ist anscheinend durchsichtig das hier kommt erstmal wieder rein und das legen wir das ganze einmal zur seite und dann würde ich sagen schauen wir uns mal an ob dieses knicklicht hat sich auch ein paar bringt und wie gut das aussieht am ende so knicklicher sind ja immer relativ simpel ich kann es ja trotzdem ja mal vor der kamera machen einfach ein geräusch sound warum wir sehen hier schon okay es ist ein blaues knicklicht und da tut sich auch schon direkt was das sind anscheinend mehrere knickstellen und kristalle die wir hier beanspruchen nehmen müssen um hier anscheinend den vollen effekt auszulösen aber auch damit kann ich auf jeden fall umgehen wenn der preis dafür wirklich stimmt und wir sehen dass schon die farbe entfaltet sich langsam und ich glaube man sieht dass auf der kamera tatsächlich gar nicht so gut ich versuche hier noch ein bisschen nachzujustieren das ein bisschen zu verteilen das dauert ja auch immer ein bisschen und da muss ich gleich mal versuchen irgendwie mit meiner hand das ganze ein bisschen dunkler zu machen wobei ich glaube man sieht hier schon das ist relativ intensives blau tatsächlich und ich kann hier mal ein bisschen zu machen sondern sehen wir das hier auch ein bisschen besser tatsächlich also wir haben hier ein schön leuchtendes blau und wenn es jetzt hier ein bisschen dunkler wäre könnte man das auch ganz gut sehen aber so sieht man sich ganz gut also man sieht schon das hat eine sehr intensive farbe das gleichmäßig verteilt hier ist jetzt so ein kleiner splitter der anscheinend nicht geknickt ist eine luftblase also ganz ausbilden kann ich es nicht aber ich finde für den preis habe ich hier auf jeden fall ein sehr solides kleines produkt was auf jeden fall auch von der farbintensität gut daher kommt und vor allem wir haben halt wirklich sehr viele und sie versprechen eine stunde mindestens durchzuhalten und dementsprechend auf jeden fall ja ein ganz solides ding